Heute zeige ich euch ein Outfit von Olsen Fashion. Diese wunderbare weite, lange Leinenhose hat Längsstreifen. Das ist auch gut so, ich bin ja nicht so groß und Längsstreifen machen etwas größer, strecken nicht. Der Blazer dazu ist ebenfalls aus Leinen und passt super zum Streifen der Hose. Dieses schöne Salbeilgrün, sowieso meine Lieblingsfarbe, ich habe nämlich grüne Augen, es passt super. Das Salbeilgrün wiederholt sich in dem Oberteil. Auch das Oberteil super geschnitten, hat nämlich einen Vorausschnitt und eine Längslinie hier durch die kleine eingesetzte Spitze. Das macht es nicht nur spannend, sondern das streckt auch nochmal. Ich hoffe, es gefällt euch. Mir gefällt es super, ich fühle mich richtig gut darin und so kann für mich der Frühling kommen. Ich wäre soweit. Was ist das?